Musik Willkommen zu der Möglichkeit, die Ihre Zukunft verändert. Die Suche nach dem richtigen Studiengang hat vielleicht jetzt ein Ende. Haben Sie schon einige Jahre Berufserfahrung sammeln können, dann ist unser MBA-Programm für Sie als Akademiker genau richtig. Berufsbegleitend, Teilzeit, Sie lernen bei international erfahrenen Professoren mit Praxiserfahrung. Unsere größte Stärke ist, dass wir eine Managementausbildung anbieten für Akademiker aller Fachrichtungen, die sich vorbereiten sollen für Positionen im höheren Management. Also vor zwei Jahren habe ich mich dazu entschieden, mein Studium hier an der Technischen Hochschule Mittelhessen aufzunehmen. Zwar suchte ich seinerzeit eine Möglichkeit zur Weiterbildung in meinem Job, ohne eben meine Stelle aufgeben zu müssen. Zusätzlich war eben auch noch meine Familie zu Hause, die eben auch ein Vollzeitstudium nicht ermöglicht hätte. Das fand ich ganz so einfach, aber ich muss sagen, heute war es die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ich stecke mitten im Studium. Wir haben viele Klausuren schon hinter uns gebracht. Wir haben aber auch noch ein paar spannende Sachen vor uns. Zum Beispiel gehen wir noch ins Ausland, nach Italien und nach Amerika. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich hergekommen bin, wegen dem internationalen Touch. Wir haben internationale Kommilitonen, wir machen viel mit internationalen Unternehmen zusammen und wir gehen eben auch ins Ausland. Und genau die Kombi finde ich klasse. Sie studieren unmittelbar in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Frankfurt und nutzen ein ausgebautes Netzwerk zu internationalen Hochschulen. Innerhalb von zwei Jahren Regelstudienzeit machen wir Sie fit für den nächsten Schritt Ihrer Karriere. Worüber ich mich auch besonders freue, wenn ich mit ehemaligen Studenten spreche, ist, wenn Sie mir sagen, dass Sie heute zum Beispiel die Wirtschaftszeit der Zeitung völlig anders lesen, als Sie das früher getan haben, dass Sie ihn nicht nur verstehen, sondern da vor allen Dingen die auch Freude daran haben, ihn zu lesen, was ja nicht selbstverständlich ist. Ich habe 2009, jetzt im Oktober, das MBA-Studium abgeschlossen. Ich kann sagen, es war eine absolut positive Erfahrung, für zwei Jahre wieder an die Universität zu gehen. Für mich war besonders wichtig, ein Studium zu haben, in dem ich viele Präsenzphasen habe und was in meiner Nähe im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt ist. Im Gegensatz zu einem anonymen Fernstudium oder Vollzeitstudium war es für mich als Vollzeit-Berufstätiger Person nicht in Frage kam. Ich studiere an der Technischen Hochschule Mittelhessen, weil hier ein berufsbegleitender MBA angeboten wird, der auch international ausgerichtet ist. Und zudem habe ich hier auch Familie. Das bietet sich natürlich dann sehr schön an, beides miteinander zu verbinden. Die Technische Hochschule Mittelhessen steht für zukunftsorientierte Studiengänge in den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Derzeit knapp 10.000 Studierende an der FH sprechen für sich. Über 50 verschiedene Studiengänge werden an beiden Studienorten von mehr als 250 Professoren gelehrt. Mir ist es im Unterricht wichtig, dass die Studierenden wirklich ein tiefes Verständnis von einer eigenständigen Anwendungsfähigkeit erreichen. Mein persönliches Highlight ist die familiäre Studienatmosphäre. Ich kann auf alle Fragen gut antworten, weil ich das Studium selbst durchlaufen habe. Das MBA-Programm hat mir die fehlenden Kenntnisse vermittelt, die ich in meinem Ingenieurstudium nicht erwerben konnte. Mir ist besonders wichtig, den Studierenden aus meiner umfangreichen praktischen Erfahrung sehr viele Hinweise und nützliche Anwendungen für ihr späteres produktliches Leben zu geben. Sie suchen die persönliche und berufliche Herausforderung im Management? Dann kommen Sie zu uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017